malzeit meine lieben freunde willkommen zu diesem ja recht schönen video heute mein etwas ja ein info video wieder ja es gibt wieder mal ein info video heute ankündigungs für weitere videos die jetzt auf den kanal erscheinen werden und diese sind bereits fertig ich hatte es auch kein interesse gehabt eine premiere draus zu machen ein ankündigungs video sollte eigentlich auch ausreichen denn es werden drei videos kommt für euch am 23 24 und auch am 25 werden videos kommen wo ich mit meinem kollegen grünkohl eine challenge gespielt habe eine ausdauer ausdauer ist ein fix gewesen eine ausdauer nur mit raketenwerfer zu spielen sie war sehr unterhaltsam sehr lustig und auch sehr interessant denn es haben sich sehr schnell zwei raketenwerfer besagt ein granatwerfer und ein raketenwerfer sehr stark herauskristallisiert die wir dann entsprechend auch weiterhin gespielt haben und ihr werdet nie erraten welche dieser werfer das sind und die thumbnails die ihr sehen werdet das ist einfach nur ihre führung besser gesagt zu zeigen dass es dort entsprechend halt um raketenwerfer geht ja nur so als keine information ich glaube elektrowerfer hatte ich als fang gehabt und einmal den baula ja das heißt ihr werdet überrascht sein welche werfer da kommt wie weit wir es geschafft haben werdet ihr dort in diesen videos sehen ich sag mal so das letzte video das am 25 erschienen erscheinen wird ich war krank gewesen ich bin immer noch krank mich hat es komplett weg gehauen dementsprechend ja könnte es sein dass ich komplett brain afk oder irgendwas gemacht habe vielleicht werden wir die challenge noch mal wiederholen dass wir mal schauen aber ja das wäre es noch nicht ganz tatsächlich denn es wird wahrscheinlich nächste woche und im nächsten jahr noch weitere videos kommen denn dort werden die ersten zwei videos meiner meines zweites kanals erscheinen das hat kanal wird wahrscheinlich erst im februar aktiviert werden je nachdem und zwar kurz erklärt dort werde ich den ersten verstärker vorstellen in steinwald und auch das sturm schild wie man sie baut und auch gleich viel ausdauer rüstet ja also freut euch drauf und natürlich wird in diesem jahr glaube ich noch erklärbär kommen wo ich entsprechend eine schutzbunker mission glaube evakuieren schutzbunker erkläre wie er funktioniert und worauf man achten sollte ja das heißt ich hoffe euch werden diese videos gefallen ich würde mich jetzt einfach verabschieden ich muss dieses video hier noch hochladen ist es zwei uhr in der nacht fast schon oder ach ist das drei uhr ja und ich habe morgen ja leider noch oder heute habe ich ja noch eine ausdauer zu bauen brutal also ja muss ich halt etwas schaffen ich würde mich verabschieden wir sehen uns dann natürlich im neuen jahr wieder oder ja nein im neuen jahr wahrscheinlich nicht weil wir haben ja noch eine woche tatsächlich zeit wo wahrscheinlich noch mal ein waffen video kommt dementsprechend ich verabschiede mich jetzt einfach mal und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin leute und tschau